Und wir sollten live sein und ich glaube es hat auch heute funktioniert. Wir sind nur fünf Minuten zu spät. Fantastisch! Herzlich Willkommen, einen wunderschönen Nachmittag nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute ein wirklich spannendes Thema, nämlich der absolut essentiellste Faktor natürlich meiner Ansicht nach für unternehmerischen Erfolg. Bevor wir da reingehen, ganz kurz eine Ankündigung. Viele, viele Fragen waren daraus. Nächste Woche, also 10. September wird mein Blockchain 2.0 Buch zum ersten Mal auf Amazon zum Vorbestellen sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das natürlich holt. Ich glaube, dass unglaublich viel Wert drin ist. Wir werden einen kleinen Ausschnitt aus diesem ganzen Buch heute in diesem Video besprechen. Das ist ein kleiner Vorteaser und das ist auch etwas, das ihr im Buch wiederfindet. Im Buch sind das von 250 Seiten, macht das drei Seiten aus. Aber das ist natürlich total wichtig. Und es geht wirklich um diese Frage, was ist dieser essentiellste Faktor für unternehmerischen Erfolg? Etwas, das ich ja ganz fest pushe. Mir ist ja ganz wichtig, einerseits Leute kryptofit zu machen, das heißt wirklich Kryptowaring, Blockchain usw. verstehen, aber auf der anderen Seite auch hoffentlich in das Unternehmertum reingehen, neue innovative Sachen zu kreieren. Und der Grund, warum ich halt im Blockchain-Bereich bin, ist, weil ich glaube, dass das für dieses nächste Internet-Teil ist. So was die letzten 20 Jahre Internet war, wird jetzt für die nächsten 20 Jahre Blockchain sein. Das wird glaube ich ganz spannend sein. Wenn du also reinkommst, schreib mir ganz kurz, wo du reinkommst. Ich habe am Anfang den Chat versteckt. Ich schaue erst danach in den Chat rein und werde zum Schluss auf jeden Fall ein paar Fragen durchgehen. Wenn wir da auf diesen essentiellen oder wichtigsten Faktor eingehen, dann möchte ich vielleicht eine kleine Geschichte von mir erzählen. Und wie vielleicht einige von euch wissen, war ich mal Profi-Kitesurfer und war viel in Wellen unterwegs, viel am Surfen. Und da ist etwas, das ganz, ganz, ganz spannend ist. Man sieht sofort, wer die richtigen, guten Surfer sind und wer die Anfängersurfer sind. Und zwar, das merkt man folgendermaßen. Wenn man die Anfängersurfer sieht, dann passiert irgendwie bei denen, wo irgendwie schlechte Wellen sind, dann tummeln sich die alle in den schlechten Wellen. Die fokussieren sich immer auf ganz falsche Dinge. Und dann sieht man plötzlich so eine Gruppe, kleine, kleine Gruppe meistens, die irgendwie in eine Richtung paddeln. Und dann sitzt man oft da und denkt sich so, also auch als vielleicht Amateursurfer, denken sich, warum paddeln die jetzt plötzlich alle in eine Richtung? Das macht doch keinen Sinn. Und vor allem paddeln die dann oft noch in eine Richtung, wo vielleicht die Strömung total komisch ist und das ist vielleicht das Riff auch noch recht seicht. Das heißt, es ist alles ein bisschen komisch. Und plötzlich dann, so 30 Sekunden, 45 Sekunden später, sieht man plötzlich die großen Wellen sich aufdürmen. Die Amateursurfer, entweder sind die komplett am falschen Ort oder die werden komplett weggewaschen von den gesamten Wellen. Und die Profis, die sitzen da und haben genau das perfekte Set. Und die erwischen genau das Richtige, wenn dann diese Wellen reinkommen. Und das ist natürlich so ein ganz großer Knackpunkt, denn oft sitzt man halt da und sagt, naja, okay, die kennen sich da vielleicht besser aus. Was haben die oder wie sind die? Und bevor ich wirklich auf den Begriff noch reingehe, einfach so ein paar Sachen, die da vielleicht dann so ein paar Geschichten aus dem Ganzen. Bei Wellen, vor allem am Ozean, kommen die immer in Sets daher. Das heißt, das wird durch Verstärkung und Annullierung von diesen Wellen, kommen meistens diese Sets meistens in vier, fünf Wellen daher. Wenn du ein richtig guter Surfer bist, dann nimmst du selten die erste Welle aus dem Set und auch nicht die letzte, weil in der ersten, wenn du da stürzt und irgendwas ist, bist du halt der erste und dann hast du vier weitere Wellen, die über dich reinknallen und da musst du recht lang Luft anhalten, wenn du unten am Riff hängst, bis die Wellen über dich reinrollen. Die letzte Welle nimmst du deshalb nicht, weil da alle drinnen sind, weil die dann alle reagiert haben, die, was die ersten vier Wellen verpasst haben und die wollen dann alle noch in die letzte Welle rein. Das heißt, da hast du die ganze Konkurrenz drinnen. Wenn du richtig guter Surfer bist, dann versuchst du meistens die zweite oder dritte Welle zu kriegen, denn da bist du meistens noch alleine. Du hast aber die erste Welle schon mal weg und kannst dich sozusagen wirklich fast alleine meistens auf diese guten Wellen fokussieren. Was ist also als Unternehmer, aber auch jetzt in dem Fall, in dem Surfbeispiel, dieser absolut wichtigste Faktor für den Erfolg? Es ist Timing. Korrektes Timing ist fast eines der wichtigsten Dinge. Ich würde sagen, es ist über 50 Prozent als Basis von deinem Erfolg. The trend is your friend. Und das ist etwas, das merke ich bei ganz vielen Leuten, wie sich die schwer tun, den Trend des Timing richtig zu erkennen. Wenn man sich aber zum Beispiel Firmen wie Apple anschaut, wenn man sich Google anschaut, Facebook, die hätten alle nicht zu einer anderen Zeit groß werden können, wie sie es geworden sind. Schauen wir uns mal ein paar Grundkonzepte an. Meistens, wenn ein Timing optimal ist, dann sieht es für die Masse nicht danach aus, als wäre jetzt das Timing optimal. 2014, 2015 war das Timing für Krypto überhaupt nicht optimal, angeblich. Aber es war optimal, um als Unternehmer zu diesem Zeitraum zu starten. Wenn dann alle gekommen sind, alle war 2017. Das war zu spät. Das optimale Timing war wahrscheinlich 2015, 2016. Und das war das Optimale. Das ist genau davor. Die guten Leute haben erkannt, aha, da kommen die Wellen draußen am Horizont, ich muss mich jetzt platzieren. Die ganzen anderen sind einhergegangen und haben viel zu spät, hastisch Fehler gemacht, konnten nicht antizipieren, mussten reagieren. Und da ist das Timing so, so, so wichtig. Wenn ich jetzt mit Blockchain nach vorne schaue, sind wir genau am gleichen Punkt. Die erste Welle ist meiner Ansicht nach gerade vorübergerollt und ein paar Leute sind drin gestürzt und die sind jetzt komplett rausgewaschen worden. Gut so. Jetzt kommt die zweite und dritte Welle. Vielleicht sind wir jetzt auch schon in der zweiten, vielleicht ist gerade die zweite Welle drüber, das können wir diskutieren. Aber ich glaube, dass zurzeit die nächsten Wellen, das sind die richtig guten Wellen vom Timing her. Die zweite, dritte Welle, die sind jetzt gerade da. Wir wollen auf keinen Fall in der letzten Welle drinnen sein, denn da sitzen dann wieder alle drinnen. Und wenn ich mir allein dieses Unternehmerische zurzeit im Blockchain-Bereich anschaue, ist die Möglichkeit zurzeit so groß. Denn auch als Surfer, gerade am Anfang paddelst du und du paddelst meist gegen die Strömung. Du paddelst selten mit der Strömung, weil die ganzen guten Surfspots liegen meistens so, dass du gegen die Strömung raus musst. Und das ist hier genau das Gleiche. Du fangst an und du arbeitest und arbeitest und kommst fast nicht voran. Das ist aber genau der wichtige Punkt. Das andere Essentielle ist, du weißt, dass das Timing richtig ist, weil die meisten Leute noch nicht im Wasser sind. Weil die meisten Leute an den falschen Stellen rumbaddeln. Und das ist doch genau das, was wir zurzeit merken. Es sind ein paar Eingesessene, die sie verstehen. Der Großteil streut mittlerweile wieder von Blockchain weg und geht irgendwo hin, wo sie sich denken, naja, die erste Welle ist drüber, Leute, da kommt nichts mehr nach. Und meiner Ansicht nach ist die Wahrheit genau was anderes. Und dieses Timing ist so essentiell. Und ganz egal, ob du jetzt das auf Blockchain anwendest oder andere Dinge. Einfach mal drei Dinge, die du generell hier lernen kannst. Und ich beschreibe das im Blockchain 2.0 Buch voll ins Detail, weil wir gehen da 100 innovative Beispiele durch und besprechen das sogar je Beispiel. Wie weit sind medizinische Anwendungen zurzeit? Wie weit sind Supply Chain Anwendungen? Wie weit ist Wählen, äh Versicherungen? Wie weit sind Weltraumanwendungen, oder? Und das muss man sich natürlich immer überlegen. Wie weit ist man hier platziert? Und diese Beispiele gebe ich immer wieder, damit man halt hergehen kann und sagen kann, wo macht es denn Sinn? Auf welche Sachen könnte ich mich denn anpassen? Drei Dinge, ganz wichtig. Das allererste ist, du brauchst einfach Erfahrung. Erfahrung. Du musst reflektieren, wo war das Timing schon mal gut von dir und wo war es schlecht? Was haben Leute gemacht, bei denen das Timing gut war, wo es schlecht war? Erfahrung, reflektieren. So essentiell. Das Zweite, das Timing ist meistens dann gut, wenn der Mainstream, wenn die meisten Leute das Timing nicht erkennen. Beim Kryptobereich, der Grund, warum ich gesagt habe, verkaufen, verkaufen, verkaufen im Dezember, war, weil so ein Hype von der Masse da war. Und ein Grund, warum ich jetzt Ende August selber Bitcoin und Ethereum nachgekauft habe, war, weil so Pessimismus da war, so Desinteresse. Und das war für mich ein super, super positives Zeichen. Und klar, und das ist jetzt sehr kurzfristig, wir sind jetzt eine Woche oder zwei Wochen später, ich habe Fettplus gemacht, aber das ist sowieso viel zu kurzfristig. Das ist jedes langfristiger. Aber das ist rein einfach von dem ganzen Fokus, von dem Massenverständnis her. Und das Dritte, genau das Gleiche wie beim Surfen. Du wirst, wenn du am richtigen Punkt bist, am richtigen Spot bist, immer ein bisschen Angst verspüren. Und es ist genau, wenn diese Faktoren zusammengehen, du hast es schon mal gesehen, es wiederholt sich, du gehst gerade gegen die Masse und du verspürst diese bisschen Angst, weil du gerade so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehst, weil der Drop gerade perfekt ist, weil halt vielleicht das Riff ein bisschen seichter ist. Genau dieser Punkt ist, wo du dann weißt, du bist am optimalen Timing. Und das solltest du einfach immer wieder reflektieren. Das solltest du dir gerade in diesem Bereich wie Blockchain, wo eben viele Leute, auch ich, glauben, dass einfach dieser Bereich so diese nächste Revolution des Internets sein wird. Das Vertrauen wird revolutioniert werden. Dezentralisierung, sowas Machtvolles. Und ich glaube, es wird in den nächsten 5, 6, 7 Jahren wird man zurückschauen und dann wird man so an dieses magische Jahr 2018 denken, vielleicht Anfang 2019, wo die Leute sagen, hey, war es noch, wo alles so negativ war und die Firmen, die damals gestartet sind, die sind komplett durch die Decke gegangen. Das erinnert mich an 2015, 2014, 2016, auch wo wir mit den Ex gestartet sind. Wo wieder dann die Leute natürlich sagen, hey, das Timing war optimal. Ja, perfekt, klar. Aber zu dem Zeitpunkt war es so verdammt schwer. Und das ist, glaube ich, immer etwas, das absolut essentiell ist. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn du ab 10. September auf Amazon dir mein Buch rausholst, Blockchain 2.0, mehr als nur Bitcoin. Die 100 innovativsten Blockchain-Anwendungen, die wirklich ganze Industriezweige revolutionieren werden. Ich würde mich auch freuen, wenn du vielleicht ein paar Kommentare oder Feedback unter diesem Video hinterlässt zu diesen ganzen Themen. Wie gesagt, ich schaue mir immer im nächsten Video diese alten Kommentare an. Geh darauf ein, kommentiere. Das werde ich auch jetzt gleich machen. Und wenn du diese Sachen, wenn du gerade diese Lives nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und ganz wichtig, du musst das Glöckchen klicken, sonst bekommst du die Benachrichtigung nicht. YouTube ist da mittlerweile ziemlich wirr, meiner Ansicht nach. Und ich freue mich natürlich, wenn du dieses Video teilst, wenn du das Leuten davon erzählst. Ich glaube, dass dieser Punkt für Timing ist sowas Essentielles. Schauen wir uns mal ein paar Sachen vom letzten Video durch. Erstens mal vielen, vielen Dank für diese ganzen netten Feedbacks. Interessant, dass zurzeit echt super liebe Kommentare da sind. Das freut mich total. Richtig excited auf deine Videos immer. Der Mehrwert, den du hier lieferst, ist enorm. Thank you so much. Danke, echt. Finde ich super cool. Ich freue mich immer auf deine Videos. Bist eine große Inspiration für mich geworden. Ich gönne dir total den Erfolg, weil du als Millionär, vielleicht sogar Milliardär, haha, auf dem Boden geblieben bist. Das hoffe ich. Das versuche ich auch immer. Ich versuche das auch immer wieder zu reflektieren. Und ich glaube, ich habe auch richtig gute Freunde in mich herum, die immer darauf aufpassen, dass ich ja nie vergesse, von wo ich gekommen bin. Etwas, was ich auf keinen Fall will, ist, und das will ich auch dazu sagen, ich will auf keinen Fall so bleiben, wie ich bin. Sondern ich will mich eigentlich immer weiter verbessern. Ich will immer wachsen. Aber das heißt ja nicht, dass man nie vergisst, von wo man kommt, oder? Und das ist, glaube ich, sehr essentiell. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, bleib so wie du bist, dann denke ich mir immer, na, das will ich auf keinen Fall, oder? Ich will ja immer besser werden. Ich will ja mich weiterentwickeln, mehr Wert liefern, neue Sachen lernen, bessere Mindset bekommen. Aber, ja, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Übrigens, tolle Partner-Pause, die wir ja am Laufen haben unter den Kommentaren. Leute, die andere Leute suchen, finde ich super cool. Finde ich super nett. Hier eine Frage, Julian. Wie siehst du denn, oder was ist der Worst Case für Krypto und speziell für Tenex in den nächsten Jahren? Du, ganz ehrlich, ich glaube, dass der Worst Case für Blockchain machen wir erstmal sehr breit. Weil mit Tenex fangen ja jetzt einfach gerade nur mit Krypto an. Aber es wird ja ganz viele andere Blockchain-Anwendungen geben, die wir ja integrieren wollen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, es ist ganz einfach der Grund oder das Problem, was durch Blockchain gelöst wird. Nämlich die zentrale Partei auszuhebeln, oder? Zensurresistenz auszuhebeln. Das ist die einzige Lösung, warum Blockchain wirklich gebraucht wird. Transparenz zu schaffen. Wenn ich Transparenz, das volle Vertrauen, all diese Sachen in dieser zentralen Partei habe, dann werde ich Blockchain immer weniger und weniger brauchen. Kryptowährungen werden keine Chance haben, wenn Fiat-Währungen offen sind, für jeden zugänglich sind, nicht manipuliert werden. Ich persönlich glaube einfach da nicht dran. Ich glaube, dass das immer in emotionalen Schwankungen kommt. Manchmal sind die Leute eher negativ, eher positiv. Und so wird sich einfach der Wert von Blockchain und Kryptowährungen regelmäßig ändern. Aber langfristig sehe ich relativ wenig Sachen, ein besseres System, ein dezentrales System. Und ich glaube auch nicht, dass die Welt rein dezentral sein wird. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird ein Mix sein. Aber ich glaube, dass es recht wenig aufhalten wird. Das gleiche, was wird das Internet aufhalten? Es wird nichts aufhalten, denn die Leute wollen das. Die Leute aber wollen auch einen Mix, oder? Man sieht, die Statistik ist eindeutig. Es sind, glaube ich, bis heute in Deutschland, kann man nachschauen, ich glaube, 18% aller Einkäufe heute, 18% aller Einkäufe. Was denkst du? Sind die online oder offline? Es sind nur 18% online. Das heißt, es sind immer noch 80% offline zurzeit, oder? Und das, obwohl eigentlich alles immer online ist. Das heißt, es ist nicht so, dass alles online ist. Und es wird auch nicht alles dezentral sein. Und es wird genauso diesen Mix haben und diesen Austausch, oder? Wo findet man Hustler? Eine Frage, also wie gesagt, ich habe Hipster, Hacker, Hustler. Ich glaube, einfach schauen, wo du die Leute findest. Wir am Kanal haben alles. Wir am Kanal haben Developer, Leute, die ein Hacker sind. Wir haben Leute, die gute Marketer sind. Wir haben Leute, die Hipster sind, die gute Designer sind, die super innovativ sind. Ich glaube, eines der größten Probleme, wenn Leute Hustler suchen, ist, das habe ich halt oft gemerkt, dass die selber nichts liefern können, außer die Idee. Das heißt, die haben eine Idee, glauben sie haben etwas Wertvolles und suchen Leute, die diese Idee vermarkten. Wie gesagt, das ist super, super schwierig. Eigentlich müsstest du ein Entwickler sein oder jemand sein, der wirklich ein Produkt erzeugt hat, oder? Du musst Lösungen umsetzen. Nicht nur Lösungen haben, sondern Lösungen umsetzen. Und dann findest du die Hustler eigentlich meistens relativ leicht. Genauso, wenn du jemanden hast, der ein guter Hustler ist, findest du immer leicht einen guten Hacker oder einen guten Hipster. Meistens tun sich die Leute in ihrer eigenen Fähigkeit sehr schwer und tun sich dann schwer, die anderen zu finden. Vielleicht habe ich es überhört. Gibt es schon ein Release-Datum für das neue Buch? Also, das Release-Datum weiß ich noch nicht genau. Vorbestellen kannst du es ab 10. September und da muss dann auch das Release-Datum dabei sein. Ich glaube, dass es einen Monat aus ist oder sowas. Das macht alles der Verlag. Wie gesagt, ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Ich kann auch einfach mal ganz kurz erklären, wie ich das mit dem Buch mache, wie ich das schreibe. In dem Fall war das bei den Flitterwochen. Ich habe das relativ viel über das Tablet gemacht. Ich mache brutal viel mit Audio. Ich verwende keinen Ghostwriter, sondern bei mir ist es so, am Computer verwende ich ein Programm, das heißt Dragon. Das ist so ein Diktierprogramm. Das ist außergewöhnlich gut. Am Tablet mache ich ganz viel mit Audionachrichten und Audionotizen und habe dann einfach jemanden, der das abtippt. So schaffe ich im Schnitt ungefähr 5-10 Seiten pro Stunde. Und wenn ich jetzt 250 Seiten habe, dann sind das, kannst du ja ausrechnen, 30-40 Stunden, die ich dafür brauche. Und an 10 Tagen pro Woche geht sich das dann aus. Vor allem, wenn man dann viel im Auto sitzt und auf Tiere wartet. Denn die Tigerlöwen und so weiter machen ja nicht das, was man will, sondern man muss sich ja an die anpassen. Da sitzt man halt stundenlang hier und kann die Zeit dann nutzen, oder? Wie gesagt, bei mir ist das alles 20-80-Regel. Ich muss mich da auf ganz viele andere Leute verlassen, weil ich weder mich um den Verlag kümmere, um das Korrekturlesen. Wenn ihr Patricia kennt zum Beispiel, die ist da hier meine gesamte rechte Hand oder die macht hier alles. Wir haben einen super Verlag. Wir haben richtig gute Kontakte. Und es kostet mich von der Zeit her recht wenig. Aber der Output ist halt hier unglaublich groß, oder? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, warum ich das mache. Verdiene ich an den Büchern so viel Geld? Ganz und gar nicht. Leider. Ich glaube, das müssten wir anders aufziehen. Da müssten wir deutlich mehr selber machen. Dann würden wir schon nicht mehr verdienen. Dann hätten wir aber den Reach nicht. Und wir bräuchten mehr Zeit. Für uns ist Blockchain einfach das Thema, wo wir Leute educaten wollen. Wir wollen einfach uns, klar, als Nummer eins in diesem Bereich etablieren. Und da braucht es natürlich, dass Leute darüber wissen, darüber erfahren, darüber lernen und so auch über uns lernen. Das ist ja ganz klar. Und so ist einfach mal der Einstieg und der Eintritt hier super einfach und auch geradeaus. Julian, könntest du mal über deine größten Fehler sprechen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht, dass ich die Frage gesehen habe. Ich persönlich sehe eigentlich relativ wenig Fehler, weil ich immer eines sage. Entweder man, also im Englischen, entweder man ernt oder man lernt. Also entweder man verdient oder man lernt etwas. Und ich würde auch nicht sagen, aus Fehlern gelernt. Ich glaube, dass dieser Gedanke, und vielleicht ist es auch ganz interessant. Ich habe heute mit einem guten Freund aus München gesprochen, wo wir über solche Sachen diskutiert haben, oder? Und ich persönlich glaube schon, dass vielleicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, da vielleicht ein bisschen ein Fehlglaube drinnen ist, wo Leute immer glauben, dass Fehler schlecht sind. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Wenn ich einen Fehler hinlege, dann wäre das, dass ich vor einem Jahr, als mir CC damals oder heute immer noch CEO von Binance an 10X geschrieben hat, dass wir für vier oder fünf Bitcoin 10X Paytoken bei Binance listen können. Und ich, das war die 50. E-Mail von irgendeiner neuen Exchange, die in China oder sonst wo aufgepoppt ist. Und ich einfach zurückschreibe, dass wir keine Bitcoins an Scams senden. Und ich natürlich dann, naja, nicht so optimal unsere Freundschaft dadurch aufgebaut habe. Keiner konnte natürlich wissen, dass er als einziger da Binance so hoch zieht und das einfach richtig gut macht. Das war jetzt für mich klar ein Fehler. Habe ich was daraus gelernt? Ich weiß nicht. Ich hätte es wieder gemacht so, oder? Aber sonst, ganz ehrlich, alle anderen Sachen. Es gab immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich Geld verdient, also Geld, ich habe verdient, das muss ja nicht Geld sein, sondern ich habe einfach was bekommen oder ich habe Wissen dazu bekommen, eine Erfahrung gelernt und darauf aufgebaut. Und ich glaube, dass das so die Leiter nach oben ist, oder? Und ich glaube, dass diese Leiter halt falsch ist, dass man hergeht und sagt, man braucht immer nur Erfolge nach oben. Das ist so ein deutsch-österreichisches-schweizer Denking, oder? So, ja, nie Fehler machen. Da könnte ich das Schulsystem einfach mal, das könnte ich verdreschen, wenn ich das schon mal höre, oder? Ich finde das im Schulsystem so schwach, dass zum Beispiel, ich gebe eine Arbeit ab und dann ist die abgegeben und aus. Und das ist sowas Dummes. Denn in jedem normalen Leben nachher machst du was und du musst dich ständig verbessern. Du arbeitest an dem weiter. Ein Projekt heute in der Arbeitswelt ist doch nie zu Ende. Also außer du bist jetzt irgendwie ein Consultant und dann gehst du weg und selten dann ist es so. Aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei Tenex irgendwo etwas abschließen und dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Hey, das ist so ein blödes, dummes Konzept, oder? So, dieses Durchfallsystem, das macht keinen Sinn. Man muss verbessern, darauf aufbauen. Nicht so, jetzt hast du Schularbeit und wenn du jetzt einen Fünfer hast oder einen Sechser hast, dann fliegst du durch. Blödsinn. Das ist sowas Dummes, oder? Das habe ich noch nie... Also das ist sowas Weltfremdes danach im Arbeitsleben. Sondern du machst was, wenn das nicht gut ist. Okay, dann setze ich mich hin als Lehrer oder Professor und baue darauf auf und lerne und sage, okay, wie könnten wir es besser machen? Verbesser dich. Okay, passt. Nächste Chance. Bitte. Und ich beschreibe das immer wieder. Jemand schmeißt einen Baseball auf dich, und das ist immer dieser amerikanische Vergleich, und du schlagst mit einem Schläger. Du kannst tausendmal schlagen, du musst nur einmal treffen und dann fliegt das Ding. Und genau das ist es auch. Und ich glaube, dass man ja... Man muss aufhören von Fehlern zu sprechen, oder? Ich glaube, was ganz wichtig ist, vielleicht gute Fragen führen zu besseren Antworten, oder? Oder bessere Fragen führen zu besseren Antworten. Also lass uns eine bessere Frage stellen. Eine bessere Frage wäre vielleicht, aus welchen Dingen hast du nicht unbedingt was verdient, sondern viel gelernt? Interessante Frage, oder? Und ich glaube, da könnten wir separat das Video mal dazu machen, weil da könnte ich wahrscheinlich, müsste ich einfach in mein Notizbuch reinschauen, da könnte ich wahrscheinlich eine Million Sachen aufzählen. Simple Dinge wie, ich hätte mich schon viel früher über Persönlichkeitsentwicklung informieren sollen. Ich habe das leider erst mit 23, 24 ungefähr gemacht. Ich habe mich über finanzielle Sachen schon mit 20, 22 Gott sei Dank gekümmert. Aber so richtig Persönlichkeitsentwicklung erst so mit 23 ungefähr. Und es hätte ich schade, dass ich das nicht schon mit 16 gemacht habe, oder? Das war sicher ein großer Fehler, wo ich heute rückblicke und denke, da habe ich viel daraus gelernt. Ich habe gesagt, meinen Kindern würde ich das nicht anders machen. Ich habe jedes Mal, wenn ich in meinem Leben kurzfristig gedacht habe, kurzfristig, Monate, Wochen, dann hatte ich immer nur Verluste finanziell und auch menschlich und alles und wenig konstruktivem Aufbau. Sobald ich angefangen habe, langfristig zu denken, Jahre, habe ich immer Gewinne gehabt. Es war ganz egal, ob das beim Kitesurfen war. Als Student sechs Jahre Medizinstudium, ich habe zwar sieben Jahre gebraucht, weil ich gleichzeitig Kitesurfen war, aber sieben Jahre, du fangst an, du hast so einen langen Zeithorizont, oder? Als Unternehmer, das sind solche wichtigen Dinge. Und nie mehr, dass ich in Wochen oder Monaten denken will, sondern was sind so meine Resolution, was kann ich heute machen, wo ich wahrscheinlich den maximalen Ertrag erst in drei, vier, fünf Jahren bekomme. Superspannende Frage, oder? Und ich glaube, dass das eine richtig gute Frage ist. Also die größten Fehler, ich glaube, mir sind jetzt keine großen Fehler bekannt. Ich habe Dinge, aus denen habe ich viel verdient. Das sind meistens die schlechten Dinge, weil man dadurch stolz, hochnäsig, arrogant, blind und so weiter wird, weil man zu viel von denen hat und die ganzen anderen Dinge, wo man viel daraus lernt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer einen Mix hat. Denn nur so, glaube ich, bleibt man auch am Boden, sobald man ehrlich reflektiert. Man kann sich weiterentwickeln, man lernt. Und ich glaube, dass da generell wahrscheinlich bei uns, also ich sehe das, also bei uns in Singapur genauso schlimm, oder? Singapur hat das auch so. Ja, keine Fehler machen, alles korrekt machen. Unglaublich ein destruktiver Gedanke. Ich glaube, dass das vielleicht in Amerika ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht genau, ob nicht das Gras immer grün auf der anderen Seite zu scheinen seint. Aber ich finde, eines der wichtigsten Dinge ist, dass man das vielleicht bei uns ein bisschen rausbringt, oder? Genau. Also nicht aus, welche Fehler hast du gemacht, sondern was sind die Dinge? Das müssen ja auch nicht unbedingt Fehler sein, aber was sind Dinge, aus denen hast du das meiste gelernt, wo du vielleicht nicht so viel verdient hast? Spannende Frage. Gut, das waren die Fragen von gestern. Ich werde mir auf jeden Fall die Kommentare anschauen. Ich gehe jetzt mal kurz noch in den Chat rein. Und ja, schauen wir das mal ganz kurz durch. Ich freue mich schon, wer da alle da ist. Ja, sehr cool. Also, wer ist hier alle da? Alfred, Grüße aus Mills. Alfred, ganz liebe Grüße zurück. Also, BTC, ehrlich gesagt, du hast zu Recht. Vielen, vielen Dank, das ist ganz lieb. Langlebe Julian, das ist super lieb von dir. Mein Bruder hat vor ein paar Jahren eine Grafikkarte mit Bitcoins bezahlt. Die arme Sau, 30 Bitcoins. Geile, geiles Kommentar. Wo werden wir Bitcoin in drei bis fünf Jahren sehen? Ich glaube, es ist immer schwierig, fixe Zahlen dazu zu geben. Aber ich glaube, höher als heute. Oder zumindest in diesem Zeitraum, oder? Ich glaube auf jeden Fall höher. Was haben wir denn noch? Julian ist heute gut gelaunt. Ja, nachdem ich mich heute auf Twitter schon mal ausgelassen habe. Weil ich war heute schlecht gelaunt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, die einen haben einen Psychotherapeuten und die anderen haben halt Twitter. Und ich habe mich dann auf Twitter ziemlich ausgelassen. Also ich hoffe, es hat keiner von euch meinen Frust dort heute abbekommen. Wird die Zukunft der Blockchain deiner Meinung nach in einzelnen, wenigen Coins und Tokens liegen? Oder wird es eine Riesenvielfalt an Tokens und Coins geben? Ich glaube, es wird eine Riesenvielfalt geben. Gleich wie es auch im Internet viele Intranets gibt mit unterschiedlichen Spezialitäten. Und ich glaube halt, dass diese Intranets zu einem Internet verbunden werden müssen. Und ich glaube, dass es bei einer Blockchain auch sein wird. Und ich glaube, dass diese Blockchains dann einfach untereinander wahrscheinlich gewisse Verbindungen haben. Und so sehe ich das eher, als wie sich viele Leute auf eine Sache einigen. Das glaube ich einfach nicht. Und dann wird es eher ein bisschen breiter sein. Oder ein bisschen vielfältiger sein. Thomas sagt, wann gibt es das Hörbuch? Ich nehme das in drei Wochen oder in circa drei Wochen in Europa auf. Und wird dann zum selben Start auch direkt raus sein. Am Anfang wirst du aber nur das, ich glaube nur am Anfang kannst du nur das Paperback, das ganze Mal Taschenbuch haben. Dein finanziell bester Rat an einen 21-Jährigen? Finanziell. Schau, dass du viele Erfahrungen bekommst. Dass du aus vielen Sachen viel lernen kannst. Dass du viele Sachen ausprobierst. Schau, dass du viele Networks und viele Leute kennenlernst. Das ist so eines der wichtigsten Dinge. Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind Erfahrung und die Beziehung, die du hast. Und schau, dass du das bekommst. Ich würde nicht so sehr auf den gesamten Network schauen, den du hast, sondern viel mehr auf diese Dinge. Und dann, glaube ich, geht es ziemlich schnell. Was hast du mit Persönlichkeitsbildung gemeint? Fragt Josap. Naja, einfach dieser Growth Mindset, dass du hergehen kannst und sagen kannst, ich kann alles werden, was ich will. Ich muss es nur lernen. Ich muss mich nur anstrengen. Und das war so für mich, diese Gedanken habe ich alle nicht gehabt, oder? So, mir hat einmal einer gefragt, wenn ich nur eine Fähigkeit, also wenn ich eine Fähigkeit nur trainieren könnte, was wäre die Fähigkeit? Und ich habe gesagt, ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist, zu jedem möglichen Zeitpunkt meinen Gemütszustand unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, wenn es mir scheiße geht, dass es mir besser geht. Wenn ich jetzt verliebt sein soll, dass ich jetzt verliebt sein soll. Dass ich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Fehler begehen würde, den ich dann bereue, dass ich hergehe und sage, na langfristig denke ich nur, oder? Dass ich diese Sachen in jedem Moment irgendwie kontrollieren kann. Ich glaube, das wäre super wichtig. So, das springt bei mir immer ziemlich. Es tut mir echt leid, also ich springe da immer ziemlich rum. Das ist bei mir im Chat relativ schwierig. Also von dem her, es tut mir echt voll leid, wenn ich dann Fragen überspringe. Und ich habe auch leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich muss eigentlich um 14.30 Uhr weg eurer Zeit. 20.30 Uhr meiner Zeit. Sonst tue ich meinen 21 Uhr Termin nicht. Wenn du 21 bist, spare Miete und wohne bei Mama und Papa. Aber ganz ehrlich, ich finde das einen relativ guten Tipp. Ich glaube, Leute unterschätzen, wie wenig Ausgaben ich eigentlich immer gehabt habe oder habe. Ich würde dir nicht empfehlen. Ich würde dir ganz ehrlich, also ich würde dir empfehlen, so gut es geht irgendwie Kosten runterzusetzen. Geld in dich selber zu investieren. Ich würde wahrscheinlich mit 21 noch nicht eine... Also ich sehe immer wieder, wenn Leute eine hohe Sparrate haben. Ich spare 50 Prozent von meinem Geld. Und irgendwie verdienen die Leute und jetzt nicht abwertend, oder? Die Leute verdienen 1.500 Euro netto und sparen 750 Euro weg. Anstatt, dass sie hergehen und sagen, wie kann ich die 750 Euro in mich selber wirklich investieren, dass ich vielleicht irgendwann mal 10.000 Euro im Monat verdiene und dann irgendwie nur 10 Prozent wegspare. Aber das sind dann 1.000 Euro und die 90 Prozent habe ich zum Leben, oder? Und ich glaube, dass dieses Konzept so wichtig ist. Aber das schaffst du nur, wenn du mehr wirst, weil dann kriegst du auch mehr. Und das ist vielleicht schon wichtig. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren solltest du bereit sein, höheres Risiko einzugehen, mehr Sachen auszuprobieren. Welche Bücher kannst du empfehlen, um als Programmierer Blockchain zu lernen? Ganz ehrlich, ich würde auf jeden Fall in dem Fall mit Mastering Bitcoin von Andreas Antonopoulos anfangen. Sein Buch, Mastering Bitcoin, ist natürlich auf Bitcoin gerichtet. Aber ist ein wirklich gutes Buch, einfach mal so einen Überblick zu bekommen. Über Bitcoin, übers Programmieren. Heftige Lektüre, wirklich kann ich nur Leuten empfehlen, die programmieren und da Interesse haben. Was haben wir denn da sonst? So, was hat das 10X Announcement zu bedeuten? Wie gesagt, persönlicher Kanal hier. Ich halte mich ganz klar davon weg, mich hier auf 10X zu fokussieren. Ich glaube, Leute sind hier, weil sie über Krypto und so weiter hören wollen. Und nicht einfach, nicht nur über 10X. 10X machen wir auf einem separaten Kanal. Wir werden jetzt eh einige Videos auch zu 10X machen. Wir werden am Donnerstag, habe ich eh gepostet, einen Quartals-Transparenzbericht veröffentlichen. Finanzzahlen, Finanzinformationen und werden dann nächste Woche ein Q&A dazu machen. Das ist so schwierig, dass ich da die Fragen durchgehe. Smart Contracts ohne Programmierung, schön möglich für Unternehmer. Wo und wie viel kostet so eine digitale Kauf- und Dienstvertragsabwicklung? Also Dirk, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du kein Programmierer bist. Sonst würdest du wahrscheinlich die Frage nicht stellen. Ich habe keine Ahnung, wo du wohnst, was ein Programmierer kostet. Ganz ehrlich, die meisten Programmierer können, wenn die einigermaßen an Backend-Programmiersprachen arbeiten können. Egal ob es Python ist, ob es C++ ist. Die können so schnell diese ganzen unterschiedlichen Programmiersprachen von einer Smart Contract Plattform lernen. Und es gibt manche, die sind schwieriger, siehe Ethereum und es gibt manche, die sind ein bisschen einfacher. Aber, und da musst du dir halt überlegen, gut drei Monate, ich weiß nicht, was ein Programmierer in deinem Bereich kostet. Lass es, ich weiß nicht, 5.000 Euro netto sein. Ich habe keine Ahnung, was der bei dir kostet. Also sagen wir mal 15.000 bis 20.000, oder? Genau, also so in dem Bereich. Wann gibt es Vlogs? Ja, das fragen viele Leute. Ganz ehrlich, ich habe zur Zeit einfach nicht den Nerv, dass mich immer einer verfolgt, oder? Und irgendwelche Sachen macht. Ich habe überhaupt nicht den Nerv, dass ich selber Kamerazeug und so weiter mitschleppe. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwie mal machen. Also es ist auf jeden Fall der Plan. Gut. So, ich kriege immer wieder Coin-Fragen. Ich sage dir gleich, dass ich Coin-Fragen, was halte ich von diesem Coin? Was denke ich bei diesem Coin? Wenn der Coin-Name da ist, das interessiert mich nicht. Es ist kein Mehrwert, dass du mich um eine Meinung zu einem Coin fragst. Da ist kein Mehrwert da. Der Mehrwert ist für dich eine Investment-Empfehlung, die was absolut irrelevant ist, wenn die von mir kommt. Denn ich mache das nicht und es ist kein Mehrwert da. Also von dem her, bitte nicht frustriert sein, wenn in diesem Bereich irgendwas ist. Hast du schon was von One Life gehört? Soweit ich weiß, ist das ein Scam, ein reines Ponzi Scheme oder Pyramid Scheme. Aber wie gesagt, vielleicht verwechsel ich da jetzt irgendwas. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwas Seriöses ist. Aber ich bin jetzt sicher der Falsche. Weiß ich nicht. Was hältst du von Security Tokens? Also wie gesagt, wir versuchen bei Zenex selber in dem Moment gerade einen seriösen Security Token zu kreieren. Der auch funktioniert. Der weltweit oder in den wichtigsten Märkten akzeptabel ist. Und das ist nicht so einfach, oder? Und das ist, glaube ich, nicht so ganz easy in dem Thema. Juris, eine der geilsten Fragen, die ich jetzt Gott sei Dank in dem Chat gefunden habe. Die ist echt gut. Wie ist Timing was anderes als Glück? Und eine so geile Frage, denn die ist wirklich essentiell. Und ich beschreibe das mit dem gleichen Beispiel. Stell dir vor, wenn du 50 Spaghetti an die Wand schmeißt. So, wenn du eines an die Wand schmeißt, dann fliegt es runter und es fliegt wahrscheinlich runter. Wenn du 50 an die Wand schmeißt, dann ist wahrscheinlich, dass eines davon hängen bleibt. Vielleicht zwei, vielleicht drei. Du weißt nicht welches, aber eines, zwei oder drei bleiben hängen. Das Timing ist also anders als Glück nur, wenn du genug Spaghetti an die Wand geschmissen hast. Und ich kenne einfach fast keine Leute, die in unseren Augen erfolgreich werden, die nicht einfach viele Spaghetti an die Wand geschmissen haben. Selbst Mark Zuckerberg, kann man ja auch nachlesen, hat ganz, ganz, ganz viele Projekte gehabt. Und auch sogar ganz am Anfang, als er noch gepitcht hat, Facebook, hat er immer noch von anderen Projekten gesprochen. Und hat immer noch gesagt, ich habe noch etwas anderes, ich habe noch etwas anderes. In was willst du denn investieren? Weil er selber noch nicht genau wusste, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Timing und Glück ist einfach nur, dass du es öfter machst. Und dass dadurch die Wahrscheinlichkeit das Glück ersetzt. Und ich glaube, dass das ein essentieller Punkt ist. Einfach oft genug probieren. Entweder verdienen oder lernen, oder? Ganz, ganz wichtiges Konzept. Danke, ich verfolge dich weiter seit Tag 1. Wünsche dir das Beste. Dir auch Flash-Ex, liebe Grüße. So, Leute, jetzt muss ich aber wirklich los. Ansonsten, so, hier noch One Life is OneCoin. Glaube ich auch. Also für mich Scam. Aber wie gesagt, kann leicht sein, dass ich jetzt da falsch informiert bin. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Scam. Abzocke. So, also Leute, mit dem vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich schaue, ob ich es morgen nochmal schaffe. Ich glaube, morgen habe ich vielleicht sogar einen Spezialgast. Werden wir mal schauen, ob wir irgendwas zusammenbringen. Ansonsten, ich wünsche euch einen richtig geilen Dienstag. Ich muss los. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr kriegt Wert draus. Abonnieren. Daumen hoch. Buch am nächsten, am 10. September bestellen. Ich sage danke. Ganz liebe Grüße. Und macht's gut. Danke Ewald Ruben fürs Moderieren. Helfen. Und ja, super geiles Team. Macht's gut. Tschüss.